Zurück bei Österreich auf Reisen. Jetzt sind wir im Forum Romanum. Da hinten ist ein Tempel des Romulus. Unspektakulär muss man ja exakt sagen, da ist immer viel übrig. Da ist auch ein Tempel von Antonius. Ich habe mich damals getäuscht, was ich da gelesen habe. Das wird die Reise des wunderbaren Forum Romanums sein. Alleine mal in den Steinen mit der Hinschrift bin. Wirklich wunderschön. Ein Durchgang, hier weitere Steine. Wunderbar. Dahinten wieder eine wunderschöne Säule. Dahinten geht es dann auch Richtung Vatikan weiter. Viel zu sagen gibt es jetzt glaube ich nicht. Ich glaube, die lassen die Bilder für Worte sprechen. Sehr imposant, sehr schön, sehr alt, kaputt. Aber das ist halt nun mal so. Ja gut, dann schauen wir weiter, was wir sonst noch sehen. Weil da oben ist eine wunderschöne Plattform auf dem einen Gebäude, wo wir erst die Namen rausfinden müssen. Da haben uns die Engel noch nicht gezwitschert. Wir melden uns später wieder. 3, 2, 1. Pro See. Vielen Dank. Vielen Dank.